Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5 am PC. Wir müssen den einen ausschalten gleich. Und vielleicht die anderen überfahren oder so. So, voll reinballern. Äh, dann habe ich so ein scheiß Dings da. Mit dem kann ich nicht bauen, eine gescheite Waffe. Dann müssen wir vorfahren und das anders machen. Mit der Waffe werde ich auch halt. So, wir nehmen das. So, sieht gut aus, Leute. Vorwärts geht's. Den einen da drüben kriegen wir auch noch. Ich meine, in der Schusslinie, Junge. So, Munition haben wir geholt. Das war auch wichtig. Und das Ding klauen wir. So, 2,2 Kilometer zum Möv-Labor. Oh, scheiße. Er hat den Platten. Ich glaube, der hat einen Platten. Oh, der hat einen Platten. Aber egal, die 2,2 Kilometer, die werden wir schaffen, hoffentlich. Und Militärlaster mit einem Platten entführen. Das ist natürlich dann der Burner. Einen Viertelkilometer, das schaffen wir. Aber das Militär hat Ihnen einmal gezeigt, wo es lang geht. So, ein paar hundert Meter noch und wir haben es. Guter halber Kilometer noch. So drüber. Oh, fast erwischt. So, Hektar. So, Hammer. Nice, Leute. Nice. Klebt und knallt, whatever das ist. So, Lester, sag an. Lester, der Molester, Bro. We got ourselves that military hardware. It's parked out back in my office. Okay, Trevor. Trevor, I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud. Alles klar. So, wie sieht es aus? Wo soll man hin? Hier gibt es eine Trevor-Mission. Sonst haben wir im Moment eh nichts zu tun. Wir haben ja wirklich schon sehr viel gemacht. Dann würde ich sagen, ab zur Trevor-Mission. Ist nicht weit. Ein paar hundert Meter nur. Machen wir da gerade aus. Das geht schneller. Okay. Ja, Trevor, du Flasche. Rüber da. Andaliert hier wer? Hallo? Hey, Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will you? And Tracy. Please, son. No, der Kaffee aus dem Benzinkern ist das. Please, son. You want to sniff? What the fuck is wrong with you? Now, see the way I see it. This country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh man, it's cheap, but it's not normal. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry, I don't have any low car. Fuck you. Where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life and you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what, deep down, I know you believe the bullshit, the picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit, that's gotten you real far. Oh yeah, you've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, ten years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints. You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the saneest motherfucker I know. Yeah, sane, 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 sane. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're going to stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty on. Kids, we're saying to you guys, guys. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homies having trouble. Right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low. Out here, by calling L.S. and inviting a known accomplice of ours to come out here, what? For a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good. It's not good. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. If nothing else, did you get out of this fucking dump? You're not going. Come on, boss. I'm going. Make sure you don't fuck it up. Don't stay out too late. Na ja, die zwei sind so eine geile Nummer, ey. Macht schon Laune. So, begib dich zu Franklin's Aufenthaltsort. Alles klar. Acht Kilometer. What the fuck, ey. Wollt ihr mich verarschen? Dann ist der quer über die ganze... What the hell? Okay, kleine Fahrt. Ach so. Ja. Fahren von alleine, finde ich gut. If he's back in Sandy Shores, why didn't I hear about it? God damn it. Hey, der Jobs is auch mit dabei. So, jagge die Gebrüder O'Neal. Soll ich sie auch umnitten? Ach, kacke, kacke. Hey, man, me and Chop own these punks. We're coming up to WH, north of Chumanns. Alright, alright, the O'Neal brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank-rockers into your Vespucci condo, when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so, if you're on the WH, that means you'll be coming through Ratton Canyon, right? Shit, I get it. Oh, irgendwie kann man die Karre, glaube ich, nicht kaputt machen, Leute. Glaube ich. Ich werde da einfach nachfahren. Oh, schwierig zum Fahren hier. Aber cool zum Fahren. Wow, was es hier alles gibt, Leute. Echt cool. Und sehr schwierig zu fahren, aber in Ordnung. Das schaffen wir schon. Haha. Das habt ihr verdient, die Pissnelken. So, jetzt sollen wir denen nachlaufen, oder was? Okay. Job, weg da. Das geht doch hoch. Hallo, komm her, Job. Okay, dann machen wir ein bisschen Air Support. Oder bauen wir einen Heli, oder sowas. So, zum Flugplatz. Jawohl, jetzt wird geflogen, Leute. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know, we're back in the sandy shore, so... Here she is, the Biz-Heli. Remember, she ain't mine, she's the company's. Trevor, unser Profipilot. So, da, los geht's. Look, why do these guys, the O'Neils, want you dead anyway? There was a deal. The contract to end all contracts. Serious, multinational stuff. I was this close! Then they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wow! What's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah. But I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips. You're such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry, I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the eye handling. You stole it from the FIB? Not so. I took it in lieu of payment. There was a rifle on board too. So if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies, can you please use it to scan the forest for the O'Neils? What's up? Hey, hey! We here on the ground. Them Hig dudes in the woods. That model's fitted with a thermal scope. Look for their heat signatures. I see an X. Ah, okay, okay, okay. Das ist einer. So, den Hammer. Das ist nett. Das ist auch nett, das ist auch nett. Wir finden den schon. Da ist er, ne? Das ist hoffentlich nicht ein Franklin. Hey, geile Mission, Leute! Hoffentlich ist es nicht ein Michael. Ups. Hat er jetzt auf Michael geschossen? Ah, auf Franklin. Hier ist nur... Ne. Was anderes. Hier? Ne. Ja, ich suche, aber... Nicht so leicht. Da? Ne. 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 Was ist das denn für ne... Achtung, kacke, die Sau, die. Den holen wir uns, Leute. Den Pisser holen wir uns. Den holen wir uns, den Scheißer, Leute. Track him down, Frank. We're about to get shot out of the sky here. We gonna handle this. If you swim it, I am too. So, wo willst du denn hinschauen? This water is cold as a motherfucker. Äh, wie kommt man da nach oben? Shift oder so. Ich muss wieder absaufeln. So, wo ist der Job? Such, komm. Pisser holen wir uns. So, den holen wir uns. Pisser down, Leute. Oh yes, danke. So, zu Trevor. So, den Franklin einsammeln, okay. Runter heißt's. Alright, now that the angry hillbillies with rockets are dead, is there anyone else we should worry about trying to kill you? Oh, sure. Yeah, there's some bikers, the Chinese, Madrezos people, but whatever. We're gonna do it like you're so popular. And zwar ohne, dass wir einen Crash bauen. Das ist nicht so leicht. Das ist ziemlich schwierig mit einem Heli. So, runter, runter, runter. Jawohl, schön gelandet, Leute. Allerdings sollten wir noch ein bisschen... Äh, geradeaus. So, rein, Reiz. Job, komm, du darfst fliegen. Job im Heli. Geil. Hehehe. Next stop, Airfield. You know, the Airfield's mine, don't ya? Oh yeah, you can afford a runway, but you can't afford to move out of that corrugated metal desk shack. So, how are you guys doing? Well, we're alive. Hey, good work down there. I'm the one who says thank you, he was helping me. Thank you, Franklin. Yes, cool, Holmes. And thank you, Chop. Hey, are you gonna tell us exactly what we were helping with? I know you said these guys stole some business, but that doesn't really explain why they wanted you dead. Oh, didn't I say what happened after they stole the contract? Nope, you didn't. Ugh, I went to their farm and I killed a lot of them and then I blew it up. Killed a lot of them? Yes, I think that was Elwood, Walton and Wynne who we killed just then. I killed Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Don and a few other guys when I blew up the farm. So, maybe this was kind of revenge thing. I don't know. Let's not forget that I'm the wronged party here. Yeah, you are definitely the wronged party. Oh, for sure. So, there's a moment there? Oh, what for a landing. A bit of a right to go. So, go down. Der Militär Healey ist immer noch hier. So Leute, Raubtier haben wir bestanden. Nice one. Healey haben wir da. Einen fetten Healey haben wir da. Und Lester meldet sich. So, schauen wir was es alles gibt hier Leute. Wir haben ja schon wirklich sehr viel erledigt hier in GTA. Das hier kann ich nicht machen, das ist irgendwie am Dach. Gut. Ja, ich weiß, wir müssen irgendwie rauffliegen. Das ist das Problem. So, ansonsten sollten wir zum Haar das Ding in Paletto. So Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen YouTube Abend oder wann immer ihr dieses Video schaut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss. 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 Tschüss.